Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Ernüchternde Zahlen erreichen uns vom einst mit so großen Hoffnung gestatteten Crowdfinanzierungsmarkt. Der Markt hebt überhaupt nicht ab. Es gibt sogar manche Experten, die halten ihn für tot, das Experiment für gescheitert. Einer dieser Experten ist heute unser Studiogast. Das ist der Crowdfinanzierungsexperte von Finance TV. Schön, dass Sie wieder da sind. René Klein, CEO des Gründerportals für Gründer.de. Hallo. Sie machen jedes Jahr eine große Marktschau und relativ frustrierend haben Sie jetzt festgestellt, seit Jahren stagniert das Crowdfinanzierungsvolumen für Startups bei 15 Millionen Euro pro Jahr. Warum ist der Markt nie abgehoben? Das ist eine gute Frage. Das Ernüchternde an der Sache ist, dass es nicht nur vom Volumen her stagniert seit 2013, sondern dass auch die Finanzierungsrunden kontinuierlich zurückgegangen sind. Also teilweise hat der Markt davon profitiert, dass Finanzierungsrunden größer geworden sind, was grundsätzlich ja positiv ist. Aber es gab immer weniger Unternehmen, die sich über die Crowd finanzieren wollten, beziehungsweise die scheinbar dafür geeignet erschienen. Oder man kann es auch anders ausdrücken, die guten Startups haben ihr Geld auch woanders hergeholt. Was hätte man besser machen können? Kann man die Rolle der Plattform sicherlich mal genauer anschauen. Genauso wie das Vertragswerk, also das partiarische Darlehen, was für einen Großteil der Crowdfinanzierung genutzt wird, ist einfach wenig attraktiv aus Investorensicht, weil ich gerade als Seed-Investor gar nicht richtig beteiligt bin an diesem jungen Unternehmen. Das heißt, ich bin zwar einer der Ersten, der Geld gibt, werde aber in Zukunft nicht so partizipieren, wie eben beispielsweise ein Business Angel, der ja oftmals eine direkte Beteiligung einfach an dem Startup hält. Also das Vertragswerk, wenig attraktiv. Und auf der anderen Seite sicherlich auch die Rolle der Plattform und die Funktion. Also für wen agiert die Plattform eigentlich? Sie wird, sie partizipiert an der Finanzierung, kriegt dann eine Provision. Das heißt, hier ist daran gelegen, dass die Startups erfolgreich finanziert werden. Auf der anderen Seite braucht sie eigentlich auch die Investoren, die dann an einem Exit möglichst gut profitieren. Und dann geht es natürlich immer um das Thema Unternehmensbewertung. Aus Startupsicht möglichst hoch, aus Investorensicht möglichst gering. Und die Plattform agiert eigentlich dazwischen, hat ein klassisches Prinzipal-Agenten-Problem dann eigentlich. Das sind also klare Webfehler, die Sie da identifizieren. Kann man deshalb auch sagen, das Problem bei der Crowd ist ein isoliertes Problem und kein Symptom für eine generelle Krise bei der Startup-Finanzierung in Deutschland? Ja, also gute Startups haben in den vergangenen Jahren ihr Geld eingesammelt. Sicherlich auch nicht immer einfach, aber auch zunehmend besser. Also das Thema Business Angel-Finanzierung hat kontinuierlich zugelegt. Es gibt da auch ein entsprechendes Zuschussprogramm vom Bundesministerium für Wirtschaft. Auch dadurch wurde neues Kapital im Bereich Business Angel-Finanzierung mobilisiert. Der Hightech-Gründerfonds ist weiterhin sehr aktiv. Es gibt auch eine Anschlussfinanzierung durch einen neuen Fonds Coparion. Insofern ist eine ganze Menge Geld im Startup-Markt vorhanden. Es sind auch zusätzlich und in größerem Maß ausländische Investoren nach Deutschland gekommen, was einfach dafür spricht, dass die guten Startups das Kapital anziehen und auch erfolgreich raisen können. Und das kann man dann eben mutmaßen, dass einfach dann das Thema Crowd-Finanzierung ein Stück weit hinten runtergefallen ist. Das sind schon mal gute Nachrichten, aber Sie haben ja auch herausgefunden, dass das Thema Crowd-Finanzierung an sich nicht tot ist, sondern nur bei Startups. Es gibt einen regelrechten Boom bei Immobilienfinanzierung über die Crowd, was auf den ersten Blick ja total widersinnig erscheint. Was wird da eigentlich finanziert für Immobilienprojekte und was sind das für Strukturen? Ja, also es sind vielfältige Immobilienprojekte, egal ob Wohn- oder Büroimmobilien, wobei es zum Großteil um die Projektfinanzierung geht, so eine gewisse Vorabfinanzierung, bevor dann im Prinzip die Immobilien gebaut werden. Deshalb auch relativ kurze Laufzeiten bei den Projekten. Eine attraktive Verzinsung, wobei man natürlich auch sagen muss, der Immobilienmarkt bewegt sich durchaus nach gewissen Einschätzungen auch eher in einer Blase mittlerweile. Insofern kann man das mit der attraktiven Rendite durchaus dann auch mal hinterfragen. Und es ist aber nichtsdestotrotz auch eine sehr risikohafte Phase, in der diese Finanzierung, weil es eben stattfindet, weil es ist die Projektfinanzierung. Sprich, da steht noch nichts von dem Haus oftmals. Also auch nicht nachhaltig, oder? Das wird sich zeigen, wie es mit dem Immobilienmarkt weitergeht. Ähnlich wie bei Wohnimmobilien jetzt. Alle hoffen auf vielleicht sinkende Preise wieder, zumindest aus Käufersicht. Aber momentan geht es ja weiterhin aufwärts. Also insofern wird diese Entwicklung sicherlich noch weiterführen, ein Stück weit. Also auch kein Durchmarsch, keine guten Nachrichten aus der Crowd. Zum Schluss die drei Fragen von Finance.TV. Auch für Sie, Herr Klein, mit der Bitte um die ganz kurze Antwort. Zunächst eine Ja-Nein-Frage. Läuft die Start-up-Finanzierung über die Crowd im Ausland besser als in Deutschland? Gemischt. Die zweite Frage, eine Zahlenfrage bitte. Was für ein jährliches Crowd-Finanzierungsvolumen für Start-ups hätten Sie persönlich am Anfang des Hypes für möglich gehalten? 30 bis 40 Millionen pro Jahr. Und die letzte Frage, haben sich viele Geldgeber mit Crowd-Investments die Finger verbrannt? Oder ist die marktweite Bilanz der Investments okay? Noch nicht. In Zukunft würde ich sagen, ja. Und da kommt das Thema Immobilien wieder ins Spiel, die mögliche Blase. Danke für den Eindruck, René Klein. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Mal wieder ein bisschen Off-Thema bei Finance.TV. Aber auch für Sie vielleicht interessant, diesen Markt mal kennenzulernen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in den nächsten Tagen bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal bei Finance.TV. Alles Gute und Tschüss.